Ausgangspunkt ist diesmal eine Stelle aus dem Roman am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig. Die Quartiergäste der Familie Kuppisch, die auf Luftmatratzen schlafen mussten, die Frau Kuppisch von ihrem Stasi-Nachbarn geborgt hatte, waren zwei Sachsen, aus Pirna bei Dresden, der Olaf und der Udo. Sie stellten jedem Vornamen grundsätzlich einen Artikel voran. Bis Frau Kuppisch dahinter kam, glaubte sie, Udos Freundin hieße Diana, aber sie hieß Jana. Olaf und Udo nannten sie immer nur die Jana. Sie waren nicht gerade die Hellsten. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass sie aus dem Tal der Ahnungslosen kamen, jener Gegend, in der sich kein Westfernsehen empfangen ließ. Tatsächlich habe ich schon mehrmals von diesem Missverständnis gehört oder gelesen. Durch diese Textstelle kann man allerdings den Eindruck bekommen, als sei dies ausschließlich ein Phänomen des Sächsischen. Außerdem bewertet es der Erzähler mit dem Kommentar, sie waren nicht gerade die Hellsten, als negativ. Sind Leute, die vor Personennamen den bestimmten Artikel verwenden, also dumm? Natürlich nicht. Es ist ein ganz normaler Prozess, nicht nur im Sächsischen, sondern im gesamten Ober- und Mitteldeutschen. Demzufolge wären also Millionen Sprecher nicht gerade die Hellsten, eigentlich sogar die Mehrheit der Deutschsprechenden. Nur in den blauen Bereichen ist der Artikel unüblich. Weil es ein fiktionales und zudem unterhaltsam gemeintes Buch ist, sollte man das nicht so sehr verurteilen. Es ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal vollkommen übliche Verwendungsweisen von Sprache stigmatisiert werden. Damaris Nübling fasst die Situation folgendermaßen zusammen. Im gesamten Süden, einschließlich der Schweiz Österreichs Luxemburgs, ist der Artikelgebrauch in der Umgangssprache und erst recht in den Dialekten in jedem Kontext unmarkiert. Ja, obligatorisch. Seine Weglassung wirkt hochnäsig und bemüht standardintendiert. In der Mittelzone hängt die Artikelverwendung stark vom Kontext ab und im Norden Deutschlands schüttelt man sich, wenn man so etwas hört. Trotzdem wollen manche Leute nicht verstehen, dass es hier eine Nord-Süd-Variation gibt, wie etwa folgender Internetkommentar zeigt. Es ist schlicht und einfach eine Höflichkeitsgeste, vor einem Namen keine Artikel zu setzen. Damit wird verhindert, dass man eine Person mit einem Gegenstand gleichstellt. Außerdem ist ein Name schon ein Artikel. Warum also doppelt moppeln? Ich jedenfalls möchte nicht mit einem Gegenstand gleichgestellt werden. Hier widerspreche ich dem Udo-Wollenhaupt, denn das Argument mit der Nennung des Artikels würde man den Gegenüber mit einem Gegenstand gleichsetzen, ist nicht überzeugend. Schließlich werden nicht nur Gegenstände mit Artikel verwendet, sondern so gut wie alle Substantive, also auch abstrakter wie Gefühle oder eben auch Personenbezeichnungen. Hier versucht mal wieder jemand seinen eigenen Sprachgebrauch und sein eigenes Sprachempfinden zum allgemeinen Prinzip zu erheben. Richtig ist aber natürlich, dass der Artikel vor Personennamen in Schrifttexten wesentlich seltener vorkommt, wie diese Grafik der Variantengrammatik zeigt. Nur in Bayern und in Teilen Österreichs also kommt der Artikel bei Vornamen in mehr als 10% der Fälle vor. Das Korpus besteht aus Zeitungstexten, wobei der Artikel aber vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn gesprochene Sprache wiedergegeben oder simuliert werden soll. Wenn man also in einem Schulaufsatz etwa die Kurzgeschichte von dem Franz Kafka schreibt, gilt das als stilistisch schlecht. Und trotzdem kann es in der gesprochenen Sprache vollkommen angemessen sein. Dieses Beispiel zeigt also einmal mehr, wie komplex und kontextabhängig Sprache ist. Nicht nur räumliche Aspekte spielen hier eine Rolle, sondern auch die Unterscheidung zwischen formell und informell, bzw. geschrieben und gesprochen. Zuletzt noch ein kurzer Blick auf andere Sprachen, denn nicht nur im Deutschen gibt es den Artikel vor Personennamen. Im Vergleich zu anderen germanischen Sprachen wie Englisch, Niederländisch oder Dänisch ist das Deutsche zwar eher ein Außenseiter, bei romanischen Sprachen kommt der Artikel vor Personennamen allerdings durchaus vor. Insbesondere im Portugiesischen, zum Teil auch im Französischen, vor allem für Frauennamen, und im Norditalienischen. Auch in anderen Sprachen ist der Artikel also nur regional vorhanden. Dabei ist auffällig, dass der Artikelgebrauch im europäischen Kerngebiet die jeweils aneinandergrenzenden Dialekte umfasst, während von der Kernzone abliegende Dialekte des Deutschen, Italienischen und Ungarischen den Proprialartikel nicht kennen. Wir haben hier also sprachenübergreifend ein Areal, in dem der Artikel benutzt wird. Ein Sprach- bzw. Dialektgeografisch sehr interessanter Befund. Glaser schreibt aber auch, dass man hieraus keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, da es wie gesagt noch andere Sprachen gibt, die den Artikel haben, auch außerhalb von Europa. Es ist also nicht ganz klar, ob dieses Areal zufällig zustande gekommen ist oder nicht. Naja, in jedem Fall zeigt die Karte, dass dieses Phänomen gar nicht so exotisch ist, wie es der Thomas Brussig in seinem Buch nahegelegt hat. Das ist auch nicht ganz klar, ob dieses Phänomen gar nicht so exotisch ist, wie es der Thomas Brussig in seinem Buch ist. Das war das, was er bei uns, wenn es der Thomas Brussig in seiner Brussig,